moin moin und herzlich willkommen zurück zu die elder scrolls arena hier suchen ich jetzt gerade die den palast oder die den tempel hier ja doch richtig den palast von dem anführer von north hall das da vorne sind auch hier sehr viel wüste vorher noch in der stadt hier gucken mal ob wir da vielleicht auch noch groß auf das kriegen okay interessant moin oh sag mal ich willkommen dich in meiner Stadt dein arrival ist fortu... äh... fortu... äh... fortu... äh... fortu... äh... fortu... äh... fortu... äh... ich habe ein favor zu fragen wenn du jemanden von mir würdest ich würde dich glücklich mit dir in Gold gewinnen würdest du dich interessiert in mehr zu hören? natürlich soo mein sister Renta Zee has urgent business äh... chaseguard business that demands she be there by Tudas 10th of Reinshand if you can make certain she makes it to my representative at the mages guild by then you'll be paid 2,156 gold pieces my council believes the dark brotherhood will try to stop my sister before she makes it to chaseguard but this may or may not be true can I trust this errand to you? natürlich then you'd show uh... be my champion, Max Dios be careful, Jung Nod and good luck und dann geht's wieder die wieder raus soo da gucken wir uns nochmal ganz genau an wohin wir gehen müssen soo hier äh... die Magier-Sister to the mage guilds in Chase Guard Magier-Gilde in Chase Guard müssen wir erstmal finden Chase Guard und dann die Magier-Gilde ich denke das ist auch ein Hammerfell soo soo Chase Guard Chase Guard Chase Guard okay Chase Guard verarmen wir es ja soo vollkommen egal wie lange es dauert wenn wir nur dahin reiten und dann zur Magier-Gilde you have arrived at the village of Chase Guard in Hammerfell Province the date is Sunday's 20th of first seed in the year dritte Ära it took seven days joa oh es ist jetzt aber auch Nacht so okay dann würde ich sagen dann schnell hier oh die ist aber auch schön viel Wasser würde ich sagen zuallererst suchen wir uns etwas wo wir übernachten können lösen uns schon mal so aus bewachen uns weil wir hier in der Nacht attackiert werden können und da die ja gesagt hat wieder irgendwelche Leute von der dunklen Bruderschaft könnte es sein dass auf uns hier Azazim zukommen würden jetzt möchte ich aber gerne wissen wo ist hier nächste Taverne Taverne das ist ja zwölf Uhr in der Nacht äh äh so so und dann pannen wir hier sagen wir für 6 Stunden komm ok 21 Gold aber der hat ein bisschen was mit dabei und was sagt die Uhr ja dann können wir noch mal hier 4 Stunden was wird der denn jetzt noch ein sonst ist hier keiner mehr was sagt die Uhr 3 Uhr kämpft vor weil ja noch mal 3 Stunden ja aber sie lebt noch ok das war mal interessant in der Taverne attackiert worden mhm so moin du sag mal Magiergilde wo äh Southwest Okia ok das ist ein Tempel also keine Magiergilde moin Magiergilde weißt wo das ist immer noch Southwest Okia irgendwann musst du es auch finden ich glaube das ist es schon nein das ist es nicht kann aber auch das da sein das sieht sehr Magiergilde haktig aus ja Magiergilde wir haben's drauf wir haben's drauf so jetzt brauchen wir jemanden zum quatschen da haben wir einen guten Tag guten Tag ich bin glücklich zu sehen dass die sister von Baroness Krallung hat so eine professionelle Escort für die Gäste bitte akzeptiert unsere Gratitude und diese 2.156 Gold Pieces ja so hatte mal jetzt möchte ich aber eine Sache wissen äh aber der du kennst schon was das ist ok schade was hat der aber im Inventar für Magische Ding ich guck' ich bin die Belt das tut so weh alles 25.000 oh das ist noch einer dann hat der andere das im Sortiment ne der hat dasselbe ok ich glaube wir müssen nicht unbedingt in Dingens hier sein hier bei ich glaube wir müssen nicht unbedingt in Dingens hier sein hier bei bei den einen wo wir hier waren in Alien hier um alles auf Ebenerz zu kriegen ist vollkommen egal bei welcher Magiergilde wir sind glaube ich und heute können wir auf Skyrim reisen und ich bin mir nicht sicher Solitude oder Winter oder Winter oder Winterhold oder Winterfest die Akademie die Magier Akademie dort ich glaube es macht mehr Sinn nach Solitude zu gehen würde würde wie viele Tage äh 40 Tage und 640 Kilometer und wie das den 30. auf Rainsand würden wir da ankommen komm lass mal nach Einsamkeit nach Solitude reisen da können wir auch gleich direkt mit der nächsten Hauptquest beginnen würde ich sagen so you have arrived in the city state of Solitude in Skyrim province the date is Midas 13th of Rainsand in the year dritte Ära 390 it took 40 days to reach your goal we bid you welcome to the arctic waste of Solitude the northernmost city state in the realm we were our might so was sagt denn die Uhr 9 Uhr also 10 Uhr schon am Morgen okay so dann können wir hier auch mal Rumors äh nein nicht Rumors sondern hier Bründchen fragen well it's funny you should ask about that the latest news is that something was found near Winterhold I checked there for more information try an in perhaps ah ok wir hätten vielleicht direkt nach Winterhold also Winterfeste reisen können zur Akademie da aber jetzt sind wir hier halt ach stimmt wir haben ja noch von den von den ein äh nachtklinge da von den von den äh als ich sie in der dunklen Bruder pack ein paar Sachen können wir auch noch eben schnell verkaufen so moin ich will was verkaufen genau das hier 15 Gold ok ok ist in Ordnung so 18 Gold dann hier den hier noch 11 Gold so und da 11 Gold 11 Gold 18 Gold 13 Gold 11 Gold 11 Gold further mehr haben wir nicht ok mehr haben wir nicht aber wir können trotzdem mal so der palast müsste aus der riesig hier nicht geil gebaut worden hier im westen nordwesten sein das ist glaube ich magier gilde sie auf jeden fall interessant aus dann nordwesten einfach mal die mauer entlang was ich auch bisher interessant finde ist wir haben bisher nur skyrim und hammerfell besucht gehabt die waren bisher noch in keiner anderen provinz und haben hier das müssen wir auch mal demnächst ändern die government of solitude is like the weather outside cold and unforgiving to the audience chamber of queen hania mania hania no one even whispers their theories about the ulterior motives behind the city-states recent declaration of peace with us its neighbor snowhorn ja wir quatschen die trotzdem einfach mal an moin ich habe so das gefühl es sind nur noch königinnen da i am looking for someone who would deliver something for a queen nothing could be simpler give me your allegiance on this matter and i will make you a rich person perhaps you would like me to describe the situation and in more depth jo komm sag mal an ich will king oder dapur so erstmal erstmal komplett lesen would you deliver this scroll to the warp rats in the city-state of nimalton city a reps representative of the warp rats will be there to receive it and work you with 2901 gold for your trouble nimalton city lies less than 25 days journey southwest from here you must get this vital information to the warp rats man in the major sky before fredars 25 of second seat or it will be worthless there are rumors that the thieves guide will try to stop you i would not put too much faith in that for my enemies are many be alert at all times for anyone you would be doing my people a great service do you agree okay nimalton city und dann muss ich das dort äh to the warp rats bringen jo the warp rats äh the warp rats man in the major sky before fredars okay okay also excellent max you are brave indeed i and all solitudes will be relying on you move quickly take care of yourself and good luck be yours jetzt kriegen wir fast 3000 gold dafür und nimalton city müssen wir suchen nimalton city ist das nicht hier in skyrim nimalton city ne die hat gesagt westlich von hier also will sieht sein dass das ein heiruck ok ein hier das hier 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 ist das ein Hammerfell? Wo ist Nimlton City? Oder hat die gesagt Osten? Das ist ein Morrowind. Hä? Das ist doch in Skyrim. Wo ist denn Nimlton City? Ach! Da ist es! Doch in Skyrim! Ja, zwölf Tage. Geht wohl klar. Reisen wir dahin. Ja. So. Dann, wir müssen es nach, äh... Wie heißt der? Bumster? Ach, verdammt. Noch einmal. Also zur Magiergilde müssen wir. Hallo. Und die Magiergilde... Die Stadt ist sehr, sehr klein. Entweder ist die Magiergilde das hier oder das. Die würde ja hier rauf kippen. Also müssen wir einfach Richtung Süden. Und da es mitten in der Nacht ist... Müssen wir uns bewaffnen. Vor allem die... Die Liebesgilde will ja das... Äh... Die Rolle da klauen. Also müssen wir uns da auch irgendwie verteidigen. So, wie weit noch? Ach, sind schon im Grunde da. Boah, hast du mich erschrocken. Und da haben wir die Magiergilde. So. Waffe weg und rein. Ah! Moin. Kann ich dich anquatschen deswegen? Oder... Where is the nearest income? Enough of here. Okay. Was sagt die Uhr nochmal? Es ist... 11 Uhr. Das heißt, die Nacht müssen wir im... Zimmer irgendwie überleben oder so. Das hier, die Taverne? Nein, das ist ein Waffenladen. Wir müssen eben das hier auch noch... Auspacken. Von dem komme ich nicht vorbei. Hä? Oh, was willst du jetzt hier? So, der hat nichts. Waffe weg. Und rein da. Nio? Du, sag mal. Nein, ich hab nix für dich. Äh, 165 Gold ist mir zu wenig, ne? Such dir jemand andern. So. Single. Eins. So. Fingold. Ja, ist in Ordnung. Gehen wir mal... Guck mal in diese Richtung vom Zimmer. Ja. Wir legen uns hier schon mal... Guck mal in die Richtung hin. Die Rumors of the Thiefs Girls interest in your job are apparently true. The Thief before you obviously is not under orders to take prisoners. Ah, okay. Da haben wir einen. Warum stirbt er endlich? So. 41 Gold. Nice. Und ein bisschen was zum Verkaufen. So, was sagt die Uhr? Der hat mir nur eine Stunde pennen lassen. Ja. Da kommt der Nächste. Neun Gold. Nochmal ein bisschen Loot. Die Spätz. Ja, noch ein bisschen. Also, ich würde sagen... Zwei Stunden los. Ja. Und dann ab zur Magier-Gilde. Der Barkeeper tut mir jetzt aber ein bisschen leid. Weil der muss jetzt die Sauerei, die ich verursacht habe, aufräumen. Die Leichenentsorgen, die ich da hinterlassen habe. Aber ich war ja ein zahlender Gast, also... Und man hatte vor, mich auszuschalten. Ah, wir kommen rein. Ja. So, Magier suchen. Ist kein Magier? Das ist ein Magier. Jo, you must be Max Deus. I am from the Warcrafts, sent to pick up the scroll from you. I am glad you found the Magesguide on time. Here is your 2,900 Run Award. Nice. So, gucken wir mal, was der hat an magischen Items. Äh... Was ich haben will, hat er nicht. Aber wir sind wieder um einiges reicher geworden. Und da wir momentan in Nimmelton City sind... Ich würde sagen, eine kleine Quest für die Hochwohlgeborenen machen wir. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Winterhold. Und versuchen da, was rauszufinden über Labyrinthion. Und wahrscheinlich wird das genauso ablaufen wie in Hammerfeld, dass wir erstmal für das Königshaus da eine Quest erledigen müssen. Und die wird Informationen dann über Labyrinthion suchen. Königshaus. Und dann können wir erst nach Labyrinthion. Genauso wird es wahrscheinlich ablaufen. Aber ich will zuallererst ein bisschen. Ah, es gibt hier endlich mal wieder ein König. Moin. Äh... Äh... Welp... I welcome you to my village. Your arrival is fortuitive. Boah, ähm... I have a favor to ask. If you would recover something for me, I would be happy to reward you in gold. Would you be interested in hearing more? Natürlich! Some months ago, for reasons too mild in the muck of politics to explain, I gave Lord Eric in Lainalton this scroll of mine. It has become extremely important to get this scroll back in Nimlke City. I understand you will find a representative of Lord Eric in Lainalton, which is 33 days by horse to be to the east and back. I do not know whether or not the rumors that Lord Torba wants to keep the scroll in Lainalton are true. There could be some resistance along the way to the mage's guide in Lainalton. I am prepared to offer you 2136 gold if that scroll is here in the palace by Sundar 6th of Sun's day. Can I count on your help? Natürlich! Natürlich haben wir nichts dagegen, den König zu bestehlen und es dir wieder zurückzukehren. So. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Und dann würde ich sagen, den anderen König werden wir in der nächsten Folge bestehlen. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! 2 2 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020